Danke. So. Registriere neues Fahrzeug. Juhu, neues Fahrzeug. Glück ist nicht berechenbar. Wieso Glück? Was war denn jetzt schon wieder? Hatte ich jetzt eine Kriegshandlung. Hier unten fliegt auch nichts mehr rum. Das ist toll. Das ist sehr toll. Ich entwickle jetzt nicht die Technologien, die ich entwickeln müsste, weil für das bräuchte ich zu viele Forscher und die wollen nicht aufsteigen. Die haben keinen Bock zu. Die sagen sich, nö, will ich nicht. Mach ich nicht. So. Haben wir hier. Alle zu weit fertig. So, ihr hier. Kommt jetzt hier hin. So. Ich hoffe, die EMP geht soweit. Ich hoffe, die geht soweit. Ich muss so viele wie möglich ausschalten, dass sich hier nichts mehr so viel rührt. Ich will noch ein Schiff. Bitte. So. Jetzt kann ich es produzieren. Jetzt muss ich hier noch quälende Minuten lang warten, bis ich es produziert habe. hier zünden. Hier zünden. Oder eher hier. Hier zünden. Fahrzeug fertiggestellt. So. Eins. Komm her. Na, ich drücke schon wieder verkehrt. So. Ich muss hier den richtigen Moment abwarten. Und wenn es zu brenzlig wird, einfach umdrehen. Um, weg. Lieber einen auf Schisshase machen. So. Jetzt. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole. Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Zurück. EMP falsche gesetzt. Nein. Ich hätte nicht auf ihn gehen dürfen. Ich hätte... Ja. Fuck. Okay. Ich habe noch so eine Möglichkeit. Fathers Schutzschild ist drei Minuten lang deaktiviert. Ja, gut. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ach, das sind die mit Schild. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ja, gut. Eins kann ich verkraften. Zum Glück ist das nicht gesunken mit meinem Schild. Achtung. Produktionsstillstand. So, wo? Gut, dann bist du auf Pause geschoben. Was? Seine Verteidigung ausschalten? Das sind die ganzen Einheiten. Ihr habt doch einen Arsch offen. Die muss ich vorher ausschalten, bevor da sich Faser zerstören kann. So. So. Dann produziere ich halt nochmal so ein Schiff. So. Muss ich halt dann nochmal probieren. Hier kommt schon wieder ein U-Boot vorbei. So. Ja, jetzt ist er gleich nicht mehr deaktiviert. Ist schon klar. Der war eigentlich auch paralysiert und eher. So. So. Wird das jetzt ein Großangriff von deiner Seite? So. So. Hmm. So, zurück mit dir. So, er wagt sich ziemlich weit raus. Soll es jetzt ein Lockung, äh, ein Unlocken sein? Fahrzeug fertiggestellt. Ich weiß es nicht. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Komm runter, ja. Das gefällt mir. So, jetzt versenke ich ihm die U-Boote. So, komm. Du kommst da auch her. Triff ich dich jetzt? So, jetzt ratiere ich ihm alles nach dem anderen aus. Diese Einheit ist ersetzbar. Das glaube ich bald nicht mehr bei dir. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Vater, Krieg ist der Vater aller Dinge. Na super. Super. Auch abgeschossen. Seine Flotte wird jetzt definitiv immer kleiner und kleiner. Ich freue mich voll. Bald ist es vorbei. Eine kurze Pause vielleicht. Nein. Dann sind Sie wieder topfit. Ich bin immer noch topfit. Auch wenn ich hier zwei Stunden schon wieder spiele. Zwei Stunden? Scheiße. Ich hatte eigentlich noch was vor heute. Äh, ja. Aber die Mission ist eh gleich beendet. Jetzt haben wir ihn eh gleich soweit. Jetzt kommt der Ehrgeiz so extrem durch. Du bist ohne Schild. Ich schaue von Weitem immer aus wie so ein Schild. Das stört mich ein wenig. So. Noch eine Viper produziert. Wir haben es ja jetzt. So. Jetzt hat er wirklich bald keine Einheiten mehr. Und das finde ich auch cool so. Er hat zwar immer noch zwei U-Boote. Drei. Ein paar Flugzeuge. Zwei Stück. Vier Stück. Weil hier vorne sind auch noch welche gewesen. Dachte ich. Aber er schiebt immer seine Einheiten hin und her. Deswegen blickt man irgendwann nicht mehr durch. Aber jetzt kriege ich ihn gleich klein. Registriere neues Fahrzeug. Perfekt. Seponiere ich hier meine Einheiten wieder. Oder hier. Eher gesagt. Und meine Nummer 1 bitte. So. Rosa Showdown. Jetzt muss ich hier warten bis sie wieder gut stehen. So. 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 Alarm! Registriere Angriff auf ein... Sie sind berechnet. Registriere Deaktivierung von Fathers Schutzschild. Ich wiederhole, Fathers Schutzschild ist deaktiviert. Alarm! Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge. Alarm! Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge. Ah, immer das mit dem Schild. So, mache ich hier mal ein bisschen was kalt. Bevor er sich hier umdrehe. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss. Alarm! Registriere Angriff auf eines Ihrer Fahrzeuge. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss. So, aber jetzt dürfte nicht mehr viel mit Schildtechnologie unterwegs sein. Hoffe ich mal. Fahrzeug im Kampf zerstört. So, wie sieht es hier mit meinen Vipers aus? Gut. Aber senke ich dich hier. Ihr seid mir im Dorn im Auge. Also, die Flugzeuge habe ich jetzt dann definitiv bald mal. Ja, das kriege ich aber bald, wenn es so weiter geht. Meine Nummer 1, wie sieht es aus? Ja, kommt auch schon langsam wieder aus dem Quark. So. Jetzt muss ich den hier mal kaputt machen. Nummer 1, komm her. So. Du kämpfst jetzt alleine. Aber du schaffst es. Ich glaube an dich. Dass du mir hier den letzten mit Schildtechnologie zerlegst. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss. Und jetzt. Großer Angriff auf Father. Achso, kann ich jetzt nicht?